...eine bezaubernde Kollegin, Rosela Kahn. Sie sind manchmal ein bisschen lang. Ich habe hier eine Lissung gestrichen. Und deshalb wird sie manchmal häufig. Bitte verzeiht mich. Wir schaffen das. Ich darf gleich den 1. Kreis anbüllen. Kurt Tomaszewski für Willigenswissen bei den Römern. Und, um mal vor allem ein bisschen nachdenken, die Gemeinde hat sich ein bisschen verfangen. Seltsam spielen. Spielst du auch? Ja, eigentlich schon. Ja, was dann? Ich spiele ja eine Sportspiele. Oh, das ist so. Ja, also, in meiner Regel, diese Ballerspiele. Das war ein ziemlich großen Ding, habe ich auch ordentlich gestritten. Jetzt ist er 17 und jetzt ist alles besser. So. Aber, das gibt es hier, ein Spiel zu schaffen, zum Spiel zu entwickeln, wo es beides hier kann. Denn die spannenden Zeiten und gleichzeitig was zu lernen. Jetzt kommt die Begründung der Spiele. A New Beginning beweist, dass Computerspiele viel mehr sein können als eine harmlose Ablänger. Das Spiel verpackt die Bedrohung unserer Umwelt durch den Klimawandel in eine spannende Science-Fiction-Geschichte. Die Checks nach vorne halten. Jetzt noch ein kleines Foto. Super. Im Takt komme ich vor. Ja, was? Ja. Sehr beendet der jetzt. Schauen wir doch auf. Es ist auch so eine Bühne. Geht's jetzt? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.